Er weiß selber nicht, was er macht, woher du unser Gegner wirst. So schnell kann sich das Blatt wenden, trefft nicht. Es ist zwar alles, sag ich mal, Low-Speed. Er macht so ein paar kleine Züge, aber es ist ein schönes Hin und Her. Ich find das menschlich, richtig geil, tatsächlich. Ich find das fantastisch.